Was zum kaputt machen? Ich hätte dich bisher noch nicht dahin geschickt. Aha. A lot of pink. Yep. Hey, wir sind Profis. Oh, da ist noch ein Fuss. Ja. Sehr schön. Wir sehen uns später. Ich bin ein Tarnman. Unsichtbarman. Ich bin bereit für ein Abenteuer. Was ich damit meine? Warum nicht einfach ein größeres Loch? Lord Business. Wildstyle. Du warst das also. Hey, tut mir leid, aber ich muss jetzt erstmal was abholen gehen. Und dich und deine Freunde vernichten, okay? Okay. Hol das Element. Oh. 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 nicht sein wenn wir an sie heran kommen der Läser die wir beide schon drängen da das ist eine neue Waffe okay die braucht ein bisschen Zeit zum Aufladen jetzt ablenken wenn es recht ist hallo Handlanger ich sammle Wut oder was wo ist der Flügel Wildstyle wo will Wildstyle wo will Wildstyle hier bin ich auswählen ich hab mich schon gewundert warum ich nichts auswählen kann ach so ja das ist doch nicht das Lego Movie ja von Gewohnheit alte Gewohnheit oh oh je warum seid ihr so schwierig bleibt einfach stehen und lasst mich euch erledigen schloss mit Mr. Knight dann bauen nochmal so eine ätzende Kanone mit einer Action Sequenz von Batman da muss ich auch überall mit ins Bild schleichen das ist Batman wer will den nicht sehen Batman sieht man viel zu oft so dann hier jetzt so welche Farbe willst du naja jetzt können wir ihn wechseln da kam gar keine Sequenz einem fantastische Superkräfte wie wir ja alle wissen also macht ruhig so weiter Danke Ach du Bomber Batman Ja viel zu viel Batman überall ne? Ja ne der schleicht sich immer ins Bild immer braucht er den letzten Schliff Sag ihm es ist Showtime Sieh mal an Direkt in meine Hand Besorgt ja der alte Hose Hey Es war toll dich zu sehen Wildstyle Aber hier wird's mit zu exklusiv Ihr wisst was zu tun ist Woah Juhu Oh Wir sind schon wieder Regellose Oh Juhu Juhu Ich bin viel Ich bin viel Wo sind wir hier beim Schulbürgermeister? Nee das ist das Büro von Mr. Burns Boah Boah du hast ja noch nicht alles kaputt gemacht Nachlässig von dir Oh Ich bin viel Obtun Oh Ich bin viel Ich bin viel Ja Ich bin viel Das ist kein Punkt für den doofen Ritter. Aber weißt du auch, was das ist? Zu spät. Meine Experten sagen, es ist ein Stromaggregat. Mal sehen, ob genug Saft drin steckt, um meinen alten Freund von dir aufzuwecken, Bad Hirn. Ich glaube schon. Joker, was tust du da? Oh, nicht schon wieder. Runter! Schuldner Sache. Der Joker. Ja, zum Glück haben wir vorher Lego Batman gespielt. Beides, das ist glaube ich Lego Batman 2. Also Batman stirbt gerade die ganze Zeit. Du bist Batman. Du bist Batman. Ja, sag ich ja deswegen jetzt. Joa. So, was machen wir denn jetzt? Boah. Was? Was? Sieh an, sieh an! Alle wollen mich schämen! Alles zu schlecht. Nein, du Joker! Ich bin doch bestimmt hier... Ich bin doch die ganze Zeit nach so einem Redman-Haken-Ding. Hier fliegen ist nie gut. Jetzt sehen wir nämlich das letzte Mal die Story voran. Welcome JJ. Zumindest hier. Hier ist was zum Bauen. Ich habe gerade ein Videospiel gezockt. Ich schicke dich mal auf. Ach du bist gar nicht Batman. Jetzt bin ich Batman. Dann schicke ich dich auf pink. Heeeey! Wirklich nicht sehr nett. Er macht jetzt seine eigene Maschine. Wirklich genau. Nein, du machst die Bombe. ich mag ein oberteil das ist bestimmt der martin x ist gleich garantiert ein loch ach so der zeigt uns wie er lasert die sequenz unterbrechen und schaden anrechnen aber dafür ist seid ihr jetzt endlich nein ob lange nicht na was meinst du wer hilft uns ich weiß nicht ob huma so hilfreich ist ich wüsste gerne ob mit der hilfe wir gemeint sind magst du seine blume nicht ich zeig euch mal wie man es macht jetzt nicht mehr siehst du mal wie schnell das geht hast du den nicht getroffen oder hab ich den nicht getroffen du musst den mehrfach treffen haha da machen wir den roten batman joker auch mal weg der rote batman passend zum neuen auto ja so jetzt sollte es aber mal gewesen sein hier ja nein wir brauchen noch einen meisterbauer nein einen batman wie immer am ende eines kampfes nachdem ich der meisterbauer gewesen bin das sieht wertvoll aus ich bräuchte ein taxi vom dach des kernkraftwerks von springfield ach egal hier ist ja eins wir sehen uns das gehört uns das gehört uns wir haben die kernschmelze überlegen gerade so würde ich mal sagen das kann man definitiv regellos nennen und dann haben sie einfach das leuchtende dings geklaut deine persönlichen begegnungen und rückschläge interessieren mich nicht wir haben das fundamentselement das ist alles was zählt glaub mir wenn du den röstigen rächer unterschätzt wirst du selbst gebraten da ist er der koberstein jetzt ist was ich mal sehen was der hier kann tun wir es ja den hier bauen wir einfach mal da dran und sind fertig und das war's der konnte jetzt viel ja ja warte mal hier leuchtet es also ich glaube damit gehst du zur story weiter Ja, was anderes kann ich dir doch nicht machen. Das will ich im Moment nicht. Vielleicht können wir das ja, wenn wir alle Teile haben, mal irgendwas mit anfangen. Ja, was ist das denn? Ja, was ist das denn? Ja, was ist das denn? Wo sind wir jetzt? Oh, was für eine freudige Übung. Mehr Wettstreiter für mein Turnier der Elemente. Hast du das, Arangier, Klaus? Aber egal. Ich spüre große Macht in Ihnen. Eine Macht, die bald mein sein wird. Oh! Du! Mach unseren Gästen so richtig Beine! Ja, Meister Chen! Perna! Element der Geschwindigkeit und der Zeit! Du bist dran! Mal sehen, wie sich unsere Neun schlagen! Du! Was jetzt? Ohne Art Bonusrunde? Kein Problem! Niemand ist so schnell wie ich! Ha! So! Ich wollte gerade sagen, ich hab... Ihr könnt nicht mithalten! Keine Ahnung, wo wir sind. Und dann habe ich die Ninjas gesehen. Ist so komplizierbar. Dann hatten wir ja den richtigen Charakter auf dem Portal. Dann hatten wir ja den richtigen Charakter auf dem Portal. Ich hatte den! Mach's Auto! Wä hipp! Ikiego! прил Brendan Herr. Das war ein guter%. Für diese Leiblkeit, ich 현 keine Unterhaltung fremdete. wir haben immerhin was gefunden hallo fliegerin da oben ist aber was machen wir jetzt damit ich hab die jetzt aus dem wasser gezogen ich habe ihn geblockt ich habe mich gedrückt hat was er mir in zeitlupe angezeigt hat ich bin batman wieso greift er immer nur dich an muss man dazu wirklich noch was sagen ich darf auch mal mit der portal dann ich hab's noch nicht aufgebaut gerade vorm letzten teil du das ich bin gelb man gelb muss nach links ach so ja dann muss blau nach oben ne auf dem feld guck mal im mund der schlange mit gelb angezeigt auf der linken seite schlange mich einfach nochmal das heißt gandalf muss jetzt hier so gandalf stand vorhin da und dann nehmen wir du darfst jetzt auch blau es wird zeit hier für ein bisschen gerechtigkeit zu sorgen du bist jetzt der linie also du bist jetzt der linie ne ja dann bleib mal der linie rechts grün so du bleib mal mit dem linie auf dem selb stellen grün ja das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt warte mal aus blau und rot blau und gelb ja blau und gelb ja das ist die Farbe dieser jetzt ja und jetzt warte mal blau Doch, warte, 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 ich hab's. Der Ninja muss hier hin. Cell muss jetzt hier hin. Und jemand, der jetzt blau wird. Ich bin Gandalf der Graue. Muss da hin. Gandalf der Blaue. Guck mal, jetzt haben wir hier. Und da hast du Cell jetzt. Die ist selber gut geworden. Drück doch einfach in. Gucken wir doch mal. Wem wollen wir jetzt Geld machen? Marcel mal Geld. Erledigt. Ach, okay. Das war auch gut. Ist okay. Irgendwie haben wir was geschafft. Kaputt. Kaputt. Ha, ha, ha. Laufbar. Ah, ja. Ich kann nicht anhalten. Halt. Lingen, komm. Na klar. Ich kann laufen. Nein. Müde. Müde. Ich finde jeden Bug. Ich habe eine Karotte geworfen. Ha, ha, ha. Sehr kreativ. Doch wie wäre es mit drei Runden? Du hast es. Element der Schwerkraft. Er stellt eure ganze Welt auf den Kopf. Okay, das Element der Schwerkraft machen wir aber erst beim nächsten Mal. Dann sehen wir uns in dem nächsten Part. Jo. Auf Wiedersehen. Ciao. Bis demnächst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020